Strengt euch mehr an, Fürst Sakai! Wo will sie hin? Komoe! Ihr seid also Fürst Sakai. Senseis neues Maskottchen. Und ihr seid eine begnadete Schützin, die ihre Chance auf ein besseres Leben wegwarf. Hat er euch das erzählt? Tomoe, wieso reden wir? Damit ich euch warnen kann. Seid auf der Hut. Mein Sensei wollte mich töten. Euch wird es auch so ergehen. Danke für die Warnung. Aber ich will das hier beenden. Es ist schon zu Ende. Ich habe nichts. Niemanden. Weg mit dem Bogen, Tomoe. Ist sie wahnsinnig? Das bin ich. Keine Spur von ihr. Ich sage es, Sensei Ishikawa.